hallo liebe schwubser und hier sind wir schon am zweiten tag der winterferien mit unserem ferienbastel thema nummer zwei und wir wollen modellieren und zwar diesen süßen kleinen dino als zettelhalter hier seht ihr hier oben sind so schlitzer drin und da könntet ihr jetzt kleine notizen reinstecken können natürlich auch verschiedene groß sein oder fotos und das ganze dann bei euch auf dem schreibtisch stellen und ich will euch jetzt schrittweise auch zeigen wie das funktioniert in eure tüte habt ihr einmal einen kompletten block fimo kits den öffnet ihr und zwar ganz einfach einmal hier diese folie hochklappen und dann einfach auseinander ziehen seht ihr so macht man das und dann hat man hier diesen block komplett vorliegen ich arbeite immer auf einer platte ihr könnt aber auch ein platzdeckchen nehmen ich habe hier eine alte fliese das geht wunderbar und schneide mir mal die zwei rippen ab die zwei rippen muss man auch nicht abschneiden wenn man ein holzstäbchen hat wenn ihr alleine zu hause seid nehmt ihr vielleicht kein messer mit holz oder kunststoff geht das wunderbar man kann das einfach abtrennen fimo kits ist besonders schön weil es sehr weich ist ihr seht das hier schon wie ganz einfach ich wunderbar das so kneten kann schon wer trotzdem probleme hat wem das zu viel ist teilt es euch ruhig noch mal ihr könnt das auch einzeln weich kneten es gilt je weicher das fimo ist desto schöner lässt sich nachher auch verarbeiten also nutzt ruhig die zeit und knete das etwas weich in der ergo therapie kriegt man sowas verschrieben hier könnt ihr das einfach so mitmachen und könnt hier diese modellier masse wirklich schön weich kneten einen trick auch immer mal wieder eine rolle draus machen und dann schön in der hand das auch so weich kneten für alle omas und mamas die jetzt vielleicht helfen zu hause bitte die ringe ablegen bei die ringe sieht man nachher als abdruck im fimo so bei dem ist jetzt schon so weich ist also bei mir ging es jetzt relativ zügig der macht einfach vielleicht eine ungefähr so lange wurst daraus und guckt dann dass er das hinten etwas spitz kriegt so dann haben wir eigentlich den grundkörper schon fast fertig hier hinten ziehe ich das noch etwas länger den schwanz und hier vorne den kopf trenne ich mir ab indem ich hier mit den fingern einfach so etwas das zusammen drücke seht ihr dann habe ich den grundkörper schon da ich setze mal das original tier hier daneben dass ihr das in etwa sehen könnt wie ich das meine so in der art so den kopf noch ein bisschen nach unten modellieren dass der hier vorne etwas spitzer wird und nicht so platt ist so genau so dass mein körper den lasse ich jetzt stehen jetzt nehme ich die zwei rippen die ich übrig hatte die ich mir abgeschnitten habe knete auch diese mal kurz weich das geht aber auch sehr schnell weil das fimo wie gesagt schön weich ist und mache daraus eine solche rolle so in etwa ja so vielleicht so fünf sechs zentimeter lang in etwa und wenn ihr das gemacht habt nehmt da wieder ein messer oder holzstäbchen geht mit dem holzstäbchen wie gesagt auch und teilt das insgesamt drei mal dass wir vier gleiche stücke haben in etwa gleich und jetzt könnt ihr diese als beine einfach rechts und links hier ansetzen einfach hier unten so dran dass ein bisschen gedrückt dass unser dino auch beine hat so ich lege es euch mal so hin und jetzt kommt die zweite farbe zum einsatz die hier mit drin habt da habt ihr jeder zwei rippen ich schneide auch mal zwei rippen ab ich habe ja ein bisschen mehr gehabt und auch das wiederum kneten wir schön weich dass wir da erstmal eine ganz weiche modelliermasse hat wer möchte kann sich zwischendurch auch die finger mal kurz waschen gehen wenn die erste farbe vielleicht sehr gefärbt hat so und jetzt schneiden wir hier auch das ich mache das mal mit einem holzstäbchen ich habe leider kein holzstäbchen hier also ich kann es euch auch mit dem kunststoff zeigen ihr macht euch hier einfach lauter wie so kleine kügelchen ab und aus diesen kügelchen formt ihr euch ein kleines dreieck und je nach größe ich fange mit den großen an das setzt ihr in die mitte und die die jetzt kleiner werden dann rechts und links so dass wir hier so eine schöne form kriegen wir die zettel raus dass ihr das seht eine schöne form bis ganz nach hinten kriegen mit diesen zacken hier oben drauf so und das geht dann natürlich weiter wenn das jetzt hier zu groß ist macht er das einfach etwas kleiner das ist das schöne beim fimo da kann man problemlos einfach abschneiden und hat dann auch so und das machen wir jetzt hier noch drei vier fünf mal bis der komplette körper so bedeckt ist hier noch eine etwas kleinere so schön dahinter dass das gut aussieht und dass man auch sieht dass wir hier einen dino haben macht dazu ein bisschen nach gefühl von der menge und immer wie gesagt eine kleine kugel hierzu zwischen den fingern und dann hier mit den fingern ein kleines dreieck bilden und das hier so aufsetzen so jetzt kommen wir schon bei mir ganz nach hinten ich setze noch eins vorne dran da hatte ich noch eins vergessen dass das noch ein bisschen größer wieder wird hier noch eins dazwischen weil ich gerade gemerkt habe dass es doch ein bisschen wenig war und so ok da haben wir unsere zacken und da ist jetzt wichtig und das lasst er vielleicht lieber von mama papa oma opa machen dass er ein messer nehmen da kann man ein kleines küchenmesser nehmen und schneidet jetzt hier in den größten sacken einmal ein das wird nachher nämlich der einschub für eure zettel wenn ich das mal hier drüben sehe zeige seht ihr hier müssen nachher die zettel rein nach dem brennen so da haben wir das und ich mache mal noch im vierten aber ihr könnt das so viele machen wie ihr gerne möchtet jetzt könntet ihr so wie wir das hier gemacht haben noch so kleine punkte machen einfach so ein ganz kleines bisschen fimo nehmen und dann hier so kleine farbige flecken auf den körper verschieden groß einfach wie gesagt einfach in der zwischen den fingern hier so ein bisschen rollen und dann hier außen so dran drücken dass diese so etwas platt werden wunderbar geht das und sieht auch super aus das könnt ihr aber natürlich auch von rechts und links machen und nicht nur von einer seite so und ich mache hier noch ein hin dann wäre der grundkörper schon fertig jetzt habt ihr noch etwas weiß und etwas schwarz drin jetzt muss man aber mal die hände sauber machen ich nehme jetzt hier das feuchttuch ihr könnt einfach die mit seife waschen da passiert auch nichts und wenn die sauber sind die hände nehmt ihr einfach hier etwas weiß weißes fimo ist nämlich sehr empfindlich wenn die hände nicht ganz sauber sind dann werden auch die augen nicht weiß ich stelle mal den hier daneben und ihr macht hier auch wieder einfach zwischen den fingern eine kugel drückt die dann platt und wenn die platt gedrückt ist kommt die hier dran und das ganze noch mal auf der anderen seite bestenfalls habt ihr natürlich gleich viel fimo dass die augen auch gleich groß werden ich habe es jetzt ein bisschen nach augenmaß gemacht augenmaß passt ganz gut beim auge so hier könnte man natürlich ich setze nachher noch zwei zacken davor so und dann nimmt er etwas von dem schwarz da braucht er noch viel weniger als vom weiß nur für die pupille ich setze die jetzt hier wieder im unteren bereich ein aber ihr könnt die natürlich auch den schielen lassen oder wie auch immer oder ein auge nach dort schauen und ein auge nach da das könnt ihr alles machen wie es euch gefällt so und jetzt wie gesagt setze ich mal noch so eine kleine zacken hier davor das sieht schöner aus wenn das bis vor zum kopf reicht so und fertig ist euer kleiner dino der muss jetzt gebrannt werden das ist jetzt auch wieder was für mama papa es steht auch noch mal auf dem päckchen wer sich das nicht merkt und zwar bitte 110 grad 30 minuten im backofen einfach etwas backpapier darunter legen das tier drauf noch abkühlen lassen und fertig man kann damit spielen oder wie gesagt man kann es ganz einfach auf den schreibtisch stellen und als zettelhalter oder foto halter verwenden ich wünsche ganz viel spaß beim nachmachen freue mich auf morgen wenn wir das nächste thema aus unserer großen basteltüte hier zeigen ja viel spaß beim modellieren lasst euch gut gehen tschüss